So, wir kommen nun zu einem Slot, der den Titel Pioneering Luxury Experiences trägt. Also auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen fast das Gegenteil von rustikal und ehrlich zu wirklich sehr luxuriös und ja nicht unehrlich, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle kaum zu glauben, dass es so lecker und so toll wirklich gibt. Da habe ich mir drei Leute eingeladen, die diesen Slot gerne unter sich ausmachen. Das heißt, ich kündige die Leute nur an und biete ihnen meine Stage an. Bitte begrüßt mit mir vom Weingut 30 Acker Jochen 30 Acker, vom Hotel für Jahreszeiten den Chefkoch vom Zwei-Sterne-Restaurant Herr Lien Christoph Rüffer und von der Avantgarde-Gruppe kommt der Moderator Dr. Marc Schumacher. Herzlich willkommen auf der Bühne 2024er Foodstage, die eben angekündigten Herren. Herr Dr. Schumacher, hallo. Ach ja, genau. Danke dir. Den Rest machst du ja. Viel Spaß. Das Stage ist yours. Vielen Dank. Vielen Dank und herzlich willkommen zur Pioneering Luxury Experiences. Wir haben das Thema vorbereitet oder das Thema gewählt, weil sich dahinter eigentlich etwas verbirgt, was nicht ausreichend verstanden wird, nämlich zum einen, dass sich gerade in einer brutalen Geschwindigkeit Konsum entmaterialisiert. Das heißt, es wird immer mehr Kaufkraft gebunden eigentlich in nicht materiellen Gütern. Das steckt eigentlich hinter dem, was man Erlebnisökonomie nennt. Und diese Erlebnisökonomie wird an vielen Stellen immer falsch verstanden, weil dann gleichgesetzt wird mit Event oder mit Eventisierung. Und es geht viel, viel tiefer. Man muss das verstehen, was die Konsumentin eigentlich umtreibt, wenn sie eben ihren Konsum so in dieser Form neu organisieren. Und das andere ist eigentlich New Luxury. Luxus wird völlig neu gelebt und neu verstanden und wird aus dieser tradierten Ecke rausgeholt. Und dieses Thema möchte ich mit zwei Experten, mit zwei Protagonisten dieser Entwicklungen oder dieser Phänomene eigentlich besprechen. Insofern freue ich mich heute sehr, dass Jochen Dreißigacker das mit uns macht. Unternehmer, Winzer und Visionär. Insofern an dieser Stelle herzlich willkommen, Jochen Dreißigacker. Und wir haben, wie eben schon gesagt, Christoph Rüffer ist Koch und Chef vom Herlin, dem Zwei-Michelin-Sterne-Restaurant im Hotel Vier Jahreszeiten. Herzlich willkommen, Christoph. Hallo. Moin. Hi. Setzt euch. Danke. Es gibt ja, das Schöne ist, wir haben uns schon durch den ganzen Tag gekämpft und ich habe mich eigentlich den ganzen Tag darauf gefreut, dass ich hier zwei heute dabei habe, mit denen es auch sofort ins Produkt reingeht. Insofern können wir das gleich sogar dazu nehmen. Ehrlich, das ist doch etwas. Das ist immer schön hier, oder? Das macht am meisten Spaß. Wir haben an der Stelle sogar von beiden Häusern etwas für euch dabei. Also wer von Jochen etwas probieren möchte, ich soll kurz sagen, dass da vorne stehen auch so ein Gläser und das Team von Jochen Dreißigacker ist dabei. Also wer möchte, ist herzlich eingeladen, hier ein Produkt-Tasting sich hier praktisch anzuschließen. Und das gleiche gilt, glaube ich, auch, Christoph, für euer Haus. Ihr habt auch was dabei. Ich habe auch was mitgebracht. Erstmal für euch beide. Dankeschön. Eine Kleinigkeit. Und ich glaube, da ist jemand bei uns aus dem Team, der verteilt jetzt auch hier im Publikum. Am Ende musst du um diese Uhrzeit auch mal... Du wusstest nicht, wie viel wir mitbringen können, aber... Hier sieht schön aus, ne? Jetzt haben wir was mitgebracht. Schau mal. Christoph, Jochen, ihr repräsentiert ja beide Dinge, die eigentlich eine sehr etablierte, sehr tradierte Welt sind. Eine Sterne-Gastronomie hat hohe Eintrittsbarrieren, hat eine sehr luxuriös anmutende und damit auch hohe Barriere eigentlich. Wein ist eigentlich auch ein Thema, was am Ende für Kenner immer noch gerne positioniert wird. Leute tun dann so, als wenn sie damit besonders sich auskennen würden. Und am Ende hat es das auch eine Eintrittsbarriere, auch wenn das natürlich bei Wein deutlich leichter ist. Vielleicht könnt ihr beide noch mal ein bisschen uns in eure Welt abholen, Jochen, wie ihr das entsprechend angeht. Und auch diese Eintrittsbarrieren, pioneering, new luxury experiences, wie ihr das eigentlich aufhebt und wie ihr mit diesem Thema anders umgeht. Ihr seid ja am Ende schon auch ein Innovator in diesem Markt. Ich glaube, grundlegend bist du irgendwie auch ein Handwerker. Das heißt, wir haben ein Naturprodukt, was wir pflegen, für mich, ein Naturgut oder ein Kulturgut. Und wir versuchen es einfach bestmöglich zu machen. Das heißt, wir stecken sehr, sehr viel Mühe, Leidenschaft und Hingabe da rein, das bestmöglich zu machen. Was du aber bei uns in der Weinwelt definitiv hast, ist, dass du manchmal das Gefühl hast, du musst studiert haben, um irgendwie einen Wein zu verstehen. Das ist gar nicht so. Ich bin noch groß geworden in der Zeit, da hieß es, du darfst nicht sagen, es schmeckt. Und ich finde es wunderbar, wenn jemand ein Glas Wein in der Hand hat und sagt, es schmeckt, dann ist das perfekt. Und ich bin ja nicht allein da, sondern ich habe da hinten mein Team mit mir. Und wirklich, wir setzen da ganz, ganz viel Leidenschaft rein. Aber uns ist es auch ganz wichtig, dass es irgendwie auch simpel ist, dass es einfach ist, dass es beständlich ist. Wir wollen einfach auch zeigen, dass es hier einfach um den Genuss geht, um den Moment geht und nicht nur um die Einzellage, obwohl die auch wichtig für uns ist, das Terroir. Und genau dafür stehen wir, aber auf allerhöchstem Niveau. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist nie nur ein Etikett, es ist nie nur einfach die Verpackung, die drumherum ist, sondern das Produkt spricht. Wenn das, was wir tun, nicht perfekt ist und einfach auch das repräsentiert, was wir verstehen, macht alles keinen Sinn. Die Klientel bei dir, können wir gleich nochmal drauf, ist ja sehr unterschiedlich. Ihr bedient ja ganz unterschiedliche Motivationslagen, zu euch zu kommen. Am Ende bleibt es ein Zwei-Sterne-Michelin-Haus. Wie geht ihr mit dem Thema um, das zugänglich zu machen und diesem neuen Luxusverständnis auch gerecht zu werden? Ja, es zugänglich zu machen ist natürlich erstmal auch eine Hemmschwelle oder eine Barriere abzubauen. Ja, es ist das Vier-Jahres-Zeiten, es ist jetzt vor zwei Tagen wieder zum besten Hotel Deutschlands gewählt worden, bei 101 Best-Hotels. Und, danke, danke. Und jede Abteilung tut halt sein Bestes dazu und wir vom Restaurant Herli mit zwei Michelin-Sternen auch. Aber wir sind vom Team her ganz jung. Es hat natürlich schon eine Luxury-Experience, es hat eine sehr luxuöse Ausrichtung, das ganze Haus, auch das Restaurant strahlt Luxus aus. Aber das ist auch das, was gerade viele Menschen in diesen Zeiten auch suchen. Die sagen, ich möchte mir das auch mal gönnen. Und da haben wir Gäste, die sparen da drauf, die gönnen sich das zur Verlobung oder zum Heiratsantrag, zum Hochzeitstag, zum Rundengeburtstag oder sonst. Wir haben natürlich aber auch die Gäste, für die ist das normal, das ist für die eine Normalität. Die sind heute in Paris, morgen in London, übermorgen in Monaco und dann auch bei uns. Und da alle abzuholen, das ist ein Kunststück. Und das schafft man halt nur mit viel Herzblut. Das muss man vorleben, auch gerade jungen Mitarbeiter muss man das vorleben, viel Herzblut. Und auch, dass man auf Menschen zugeht und denen dann, die vielleicht auch eine Hemmschwelle oder für sich irgendwie ein bisschen gehemmt sind, die zu nehmen. Jetzt kann man ja bei euch beiden, also bei deinem Restaurant oder auch mit deinen Produkten, man kann ja bei euch wirklich auch sehr, sehr viel Geld lassen. Und muss ja auch das erstmal erklären, warum das letztendlich auch notwendig ist, warum das so kostet. Selbst so modern man es interpretieren will oder so zugänglich es interpretieren will, Christoph, es bleibt am Ende eine Sterne-Gastronomie, die ein kleines Vermögen kostet in dem Moment. Und jetzt hast du dort Leute sitzen mit sehr unterschiedlichen Motivationslagen bei euch zu sein. Wie kriegt man das in so einem Service-Team gemanagt, dass man eben auch sicherstellt, okay, der ist gestern aus Paris gekommen, für den ist das Normalität und der ist einmal in seinem ganzen Leben bei uns. Das sind ja sehr unterschiedliche Situationen, die ihr in so einem Abend managen müsst. Fingerspitzengefühl, also das absolutes Fingerspitzengefühl, das lernt man aber, wenn man in den Beruf reinkommt, über Jahre lernt man das. Und ich habe einen fantastischen Restaurantleiter, Marius, ich weiß nicht, ob der auch irgendwo im Publikum ist oder auf jeden Fall spielt er hier auf der Messe rum. Der hat wirklich, der kann auch mit Menschen sehr gut, man muss sich auf diese Menschen einstellen, ja. Und das ist eine Kunst, aber das lernt man über die Jahre, das lernt man auch in vier Jahreszeiten, ganz extrem. Muss ich sagen, weil wir es geschafft haben, über die Jahre halt auch dieses Luxussegment aufzubauen, ja. Und nicht nachlassen halt auch, das weiter zu vervollständigen. Also zum Beispiel, wenn man bei uns ins Restaurant kommt, dann gibt es den Aperitif bei uns im Küchenbereich. Also vielleicht hat man im Restaurant sehr luxuriös, vielleicht noch Hemmungen, aber oben sagt dann der Service, hey, wir würden Sie gerne einladen in die Küche, mal kennenzulernen. Wir gucken mal hinter die Kulissen und das ist schön. Also die kommen hinter die Kulissen, wir bieten Ihnen ein Glas Champagner an, wir laden Sie gerne dazu ein. Es gibt drei kleine Grüße, jeder Koch, also aus meinem Team geht hin, erzählt ein bisschen was, was wir da gerade machen und kann auch Fragen beantworten, wie so der Ablauf hinter den Kulissen am Abend ist. Jochen, ich kann ja bei dir auch schnell mal 500 Euro, 1000 Euro, 2000 Euro für eine Flasche Wein in den Top-Ausbauprodukten machen. Im Champagner ist das total gelernt und total akzeptiert. Wenn ich weltweit unterwegs bin und gucke mir Preislagen an den Weinkarten oder den Champagnerkarten vielmehr, da denke ich mir immer, irre, was die eigentlich erreicht haben, mit was für einer Lässigkeit. Die Leute sagen, ja, das macht ja total Sinn, dass das Zeug auf einmal 2500 Euro kostet. 30 Acker in allen Ehren, ihr seid ja eher ein starkes Produkt und arbeitet an dieser tollen Marke. Wie kriegt ihr das vermittelt und erklärt, dass es das wert ist und dass es das braucht? Ob es das braucht, ist immer relativ, aber es geht immer um Konsequenz bei dem, was wir tun. Und das, was wir machen, ist nicht skalierbar. Du hörst zwar immer bei jedem Geschäftsmodell, das ist skalierbar. Das ist, was gut ist, kannst du es erweitern. Das ist bei uns einfach nicht der Fall. Bei jeder Flasche Wein, die wir produzieren, steckt ganz, ganz viel Herzblut drin und ganz, ganz viel Persönlichkeit. Und das schaffst du einfach nur, wenn du auch die Möglichkeit hast, für jede Flasche Wein auch die Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin Gott sei Dank nicht allein, sondern ich habe ein großes Team, mit denen machen wir das gemeinsam. Aber trotzdem ist die Menge arg begrenzt. Und dann hast du verschiedene Kategorien. Du hast den Wein für jeden Tag, wo du einfach sagst, ich möchte jetzt einen schönen Moment. Du hast den Wein, wo wir anfangen, das Terroir zu prägen. Wo wir zeigen, okay, wir sitzen in Bechtheim, ein kleiner Ort für uns, über 1200 Jahre Weinbau. Eine große Historie für uns. Kennen die wenigsten, aber es ist sehr, sehr charakterstark. Und das versucht man, unsere Weine reinzubringen. Das ist schon etwas knapper, weil man muss beim Wein sehen, je kleiner der Punkt, wo der Wein herkommt, umso höher ist die Qualität. Und bei der Einzellage zum Schluss, das sind die Weine, die du ansprichst, reden wir wirklich über pure Konsequenz im Aus- und Anbau, aber dann von einer ganz, ganz kleinen Menge. Und jetzt ist es bei uns so, was schön ist, dass du nicht nur in Deutschland vertreibst, sondern eben auch in der Welt. Und dann hast du eine Lage, wo du zum Schluss 600 Liter erntest und hast unfassbar viel Aufwand reingesteckt. Und dann hast du einfach eine ganz, ganz kleine Menge, die du dann in die Welt verteilst und gehen 12 Flaschen dahin, 30 Flaschen dahin und dann bildet sich auch vielleicht ein neuer Preis. Und ich finde persönlich, wenn ich persönlich vor die Entscheidung gestellt werde, skalierst du in Menge oder geht es um die Güte, würde ich mich immer für die Güte entscheiden. Und das genau haben wir zum Beispiel bei uns gemacht. Wir lieben als deutsche Winzer immer die Weinkarten hochzuhalten von vor 100 Jahren. Als der deutsche Wein war das Wertvollste, was es gab, also gereifter und edelsüßer und trockener Riesling. Es gab nichts Begehrteres in der Weinwelt, aber das haben wir tatsächlich über, würde man sagen, einige Jahrzehnte etwas verlernt und haben auch nicht unbedingt dafür beigetragen. Und genau da arbeiten wir wieder dran. Das heißt, wir geben den Weinen eine Struktur, dass die reifen können, teilweise 30, 40 Jahre. Und dann haben wir etwas, wir haben alle keine Zeit. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was wir in unsere Weine reingeben, die Zeit. Das heißt, wir haben uns zu entschieden, die Weine erst nach zehn Jahren zum Beispiel in den Verkauf zu geben, wenn wir glauben, jetzt zeigen sie auch das Erlebnis, was wir zeigen wollen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass du sagst, ja, dann ist so eine Flasche möglicherweise, kostet sie mehr. Auf der anderen Seite bietet sie aber ein unbeschreibliches Erlebnis. Und das beschreibe ich damit, dass ich sage, zum Schluss muss es immer dir das wert sein. Und ich glaube, ich wünsche mir eine Zeit, wo es auch ein Event wie in der Küche um eine Flasche Wein gibt, wo man sagt, man hat gemeinsam eine tolle Erfahrung. Und dann gibt es halt auch mehr aus. Jetzt hast du bei Luxus ja normalerweise die Situation, dass du für 2.000, 3.000 Euro etwas kaufst, was halt auch in zehn Jahren noch hast oder angucken kannst. Und bei euch ist es ja eben deutlich kurzweiliger. Das macht das spannend. Und das geht ja auch nur, weil hier zwei Persönlichkeiten sitzen, die visionär und auch ein Stück weit im positiven Sinne gemeint getrieben das entwickeln. Und das, was ich mit Leidenschaft beschreiben würde, nämlich, ich habe mal viele Jahre in Stuttgart gelebt, da sagt der Schwabe, sagt Leiden und Schaffen. Das ist die Leidenschaft in dem Moment. Das Produkt, Christoph, was ihr herstellt, ist ja unglaublich personalintensiv. Und ich würde gerade nennen, du hast ein sehr junges Team, du hast das beschrieben. Und bei euch ist 24-7 durchaus ein strammer Ton, eine sehr hohe Präzision. Wie begeistert man junge Leute für eine sehr besondere Sache, die ihr da macht, die jetzt normalerweise so auf den ersten Blick gar nicht so in den Zeitgeist passt für die nächste Generation? Ja, doch, die passt sehr gut in den Zeitgeist, finde ich immer, weil Qualität wird immer Bestand haben. Das ist bei Jochen so, das ist bei mir so. Deshalb haben wir auch schon seit zig Jahren eine Partnerschaft mit Jochen 30 Acker und dem 4-Jahr-Seiten, weil Qualität wird immer Bestand haben. Weil die Leute letztendlich auch in schnelllebigen Zeiten, die Leute wollen auch wieder Qualität genießen und auch die Menschen hinter dem Produkt kennen, die das produzieren. Bei uns begeistern wir junge Menschen dadurch, dass wir eigentlich sie auch fast umarmen, würde ich schon fast sagen. Also wer bei mir jetzt speziell in der Küche anfängt, im Vorstellungsgespräch innerhalb den ersten zwei Minuten merke ich, habe ich einen Bezug zu den Menschen oder nicht. Gefällt der mir, weil ich verbringe zwölf Stunden am Tag mit demjenigen. Ja, so, eher nicht zwölf Stunden mit mir, aber ich bin zwölf Stunden im Betrieb, so. Aber, so, und das merke ich ganz fix und dann wachsen die einem auch ans Herz. Also letzte Woche hat mich ein Mitarbeiter verlassen nach sechs Jahren und sieben Monaten, weil es ja für den einfach auch bei mir in der Küche nicht mehr weiterging, weil der Stellvertreter, also mein Stellvertreter, der ist mit mir jetzt schon 18 Jahre im Betrieb, ich bin 22 Jahre da. Das ist man auch nicht, wenn es einem nicht gefallen würde oder wenn man nicht das Gefühl hätte, es geht weiter aufwärts und es entwickelt sich immer wieder. Und dann ist der Stellvertreter postenbesetzt und der hat woanders bei einem Kollegen von mir einen sehr guten Posten bekommen. Aber es ist schade, es ist schade, dass der dann geht, weil man ja wie Familie zusammengewachsen ist. So kann man sich das wirklich vorstellen. Es gibt in der Konsumentenverhaltensforschung etwas, das nennt man Cost of Living Crisis. Also global ist das Leben unglaublich teuer geworden. Das heißt Wohnraum, Lebenshaltungskosten, Inflation. Und deswegen sind für ganz viele Menschen ganz viele Dinge nicht mehr möglich. Also zu sagen, ich fahre jetzt in den teuren Urlaub, kaufe mir das teure Produkt. Und was man erlebt, ist so eine Art in dieser Polykrise, wie man das nennt, dass die Leute dann sagen, ich schaffe mir jetzt die kleinen Luxuserlebnisse. Also in amerikanischen Supermärkten in Kalifornien kannst du für 20 Dollar handkuratierte Erdbeeren kaufen. Sehr, sehr erfolgreich, weil die Leute sagen, dieser Erdbeermoment mit dieser handkuratierten Erdbeere, das ist jetzt mein Ersatz für den Maledivenurlaub. Übertrieben formuliert. Aber das ist so, da entsteht ein ganz neuer Markt, glaube ich, dass eben, weil die großen Dinge vielleicht nicht mehr gehen, der Luxus im Kleinen entsteht. Jochen, ist das etwas, was ihr auch betrachtet in eurer Produktentwicklung oder was ist deine Sicht darauf? Nein, also tatsächlich, wir freuen uns, wenn wir jeden, den wir mitnehmen können. Das ist, was ich gemeint habe. Wir wollen wirklich, es geht um den Wein, es geht um die Idee, es geht um die Idee dahinter und die wollen wir gerne nach außen tragen. Wir hoffen, dass wir so viele wie mögliche Menschen mitnehmen können und zum Schluss ist es, für den einen ist der Einstiegswein der Luxus und weil es schon nicht mehr der wirkliche Einstiegswein ist und für den anderen ist es das Erlebnis tatsächlich dann wirklich der Lagenwein, der nach zehn Jahren irgendwann mal veröffentlicht wird. Uns ist wirklich wichtig da, ich glaube, jeder entscheidet, das ist das Schöne, es gibt keinen Masterplan, es gibt keine Idee hintendran, sondern das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass alles mehr diversifiziert. Das wird alles eigenständiger, unberechenbarer, es verändert sich viel schneller, das Einzige ist wieder das, was der Christoph sagt, wir können für die Qualität und die Eigenständigkeit hintendran stehen und genau das machen wir auch. Jetzt hat sich ja, in beiden euren Genres gibt es ja eigentlich so eine Art Gatekeeper, den großen, der das Gatekeeper Day, der eigentlich so ein bisschen, dass die entscheidet, ob was funktioniert oder nicht funktioniert. Bei dir ist es dann vielleicht Michelin und viele andere, die diese Rankings machen und bei euch ist es, sind es die etablierten Jochen, Verbände, Weine und eigentlich, wir sitzen hier auf der Online-Marketing-Rockstars, eigentlich ist ja der Meinungsbildner eigentlich ganz ein anderer geworden, nämlich der Konsument, der unglaubliche Reichweiten entwickelt, Influencer, Key-Opinion-Leader, die entscheiden über gut oder schlecht. Wie sehr hat das die Positionierung von Sterne-Gastronomie verändert, Christoph? Also Sterne-Gastronomie ist auf jeden Fall heutzutage mehr publik als je zuvor, finde ich, ja, also der Michelin, der expandiert weltweit, das zu Recht, weil er natürlich schon das Maß aller Dinge ist in Restaurantbewertung und danach reisen dann auch die Gäste, ja, aber trotzdem, man muss jeden Gast, der dann kommt, auch begeistern, man muss sie wirklich begeistern mit dem, was man, was man in Kredenz, was man zeichnen kann, mit der Persönlichkeit vom Restaurant, von den Mitarbeitern, zwei Michelin-Sterne sind ganz toll, aber darüber hinaus muss man halt weiter, man darf sich nicht darauf ausruhen, auf gar keinen Fall, das ist kein Doktortitel, den man einmal macht und er hält ein Leben lang, sondern jedes Jahr gilt es, das wieder zu beweisen, ja, ähnlich jeder neue Wein im Herbst, ja, der gekältert wird, muss auch wieder die Leute abholen, das ist ganz wichtig, man darf sich nicht auf seinen Namen oder auf seine Auszeichnung ausruhen, das ist wichtig, keine Frage, damit hat man Reichweite und Publizität, aber trotzdem, die wirkliche Begeisterung, die fängt jeden Abend oder jeden Tag in vier Jahreszeiten und im Restaurant Herlin mit dem einzelnen Gast an. Ich weiß, du warst zum Beispiel, Montag, nee, Dienstag warst du bei uns, wir hatten ein kleines Vorgespräch. Achso, bei dir in der Küche, ja, bei dir in der Küche, entschuldige. Ja, du kamst in die Küche runter und, ja, wir haben das eigentlich genauso mit dir auch gemacht, ein bisschen Aperitif an einem kleinen Tisch im Küchenbereich, Gläschen Wein, paar Kleinigkeiten, hat er nicht erzählt, ist egal. Und dann sagt der hinterher mein Zuschauer, der war aber so ruhig, ja, oder nee, ich habe das gesagt zu ihm, der war aber so ruhig und er sagt, nee, der war einfach nur geflasht, ja, der hat das alles aufgesogen, der konnte es so gar nicht begreifen und deshalb. Also schon sehr beeindruckend, wie ihr das herstellt, ne, in so einer Welt, wo alle irgendwie ein PDF verschicken am Tag und glauben, sie haben halt Burnout und bei euch ist einfach richtig Attacke da unten mit 20 Mann, das finde ich schon spektakulär, was ihr da herstellt. Das war mich tief beeindruckt. Und deshalb, das ist für mich dann wirklich jeden Einzelnen immer abholen, ja, dann sind die Auszeichnungen zwar ganz toll oder auch die Reichweite, die man dadurch genießt, aber trotzdem das Erlebnis selbst, man hat einen Hinweis darauf, aber das Erlebnis selbst, das findet nur bei uns im Fährseiten statt. Jetzt ist der Michelinstein zugegebenermaßen natürlich auch eine Institution, die das auch überstanden hat, was jetzt an Veränderungen, an Meinungsbildung durch Social Media entsteht, aber Jochen, ich habe von dir mal gelernt, wenn man jetzt nach den Regeln eurer Branche spielen würde, würdest du mit hoher Wahrscheinlichkeit hier heute nicht sitzen und nicht diese großartige Bar betreiben. Wie hat sich das verändert, bei euch durchzudringen mit dem, was ihr könnt und mit eurem Produkt gegenüber den vermeintlichen Verbänden, Prädikatsweine, so ein Vokabel, die ich noch vor 20 Jahren kenne, das ist doch eigentlich alles vorbei, oder? Es hat sehr viel Bestand, aber nicht für uns, also ganz klar, wir gehen einen anderen Weg, ich glaube, wir haben viel zu tun, die Möglichkeit, die wir haben, in die Zukunft zu bringen, dafür musst du auch was wagen, was machen, oftmals auch gegen die Regeln spielen und jeder, ich will gar nicht jetzt jeden Verband oder jeden Preis irgendwie kleinreden, aber zum Schluss ist es immer eine subjektive und nie eine objektive Bewertung. Und ich habe vor kurzem mal mit einem ganz bekannten Magazin darüber gesprochen, die gesagt hat, okay, immer weniger Winzer, nehmen an Weinbettbewerben teil, was sollen wir denn machen? Und dann habe ich gesagt, warum nicht einfach ein Winzer soll sein Wein schicken und soll euch auf einer Sprachnachricht oder einer Seite beschreiben, was er sich hinter seinem Wein vorstellt? Das ist wahrscheinlich die viel bessere Methode, irgendwas zu bewerten, aber zu bewerten gibt es da nichts, sondern zum Schluss ist das, was du gesagt hast, jeder, der ein Glas trinkt, bewertet es in dem Moment, entweder es gefällt ihm oder es gefällt ihm nicht und das finde ich viel, viel besser. Deswegen haben wir uns vor ein paar Jahren dazu entschieden, fast alle Weinbettbewerbe einfach stillzulegen, einfach an unserer Idee weiterzuarbeiten und uns nicht auf irgendwelche Verkoster, also die probieren einmal dein Wein in einer Sekunde, du beschäftigst dich permanent damit. Wir sind natürlich nicht betriebsblind und probieren auch viel mit Freunden, Kollegen und wollen offene Kritik, aber ansonsten arbeiten wir sehr, sehr zielgericht. So etwas wie Vintages, was ihr hoffentlich im Glas habt, wäre so nicht machbar. Das ist eine Idee entstanden aus etwas, wo du einfach ursprüngliche Ideen kombinierst mit einer anderen Region aus der Champagne und sagst, wir versuchen so mal einen Wein zu kreieren, der deutlich mehr Harmonie hat. Und was in den ganzen Bereichen passiert, generell über alle Branchen hinweg, ist das, was man Healthification nennt, also alles, es gibt mittlerweile Hypothesen, die sagen, dass niemand sich dem entziehen wird können, das heißt, unabhängig in welcher Branche du arbeitest, wirst du in 15 Jahren Teil der Gesundheitsindustrie sein, völlig unabhängig von dem, was du herstellst, weil das Thema so eine Bedeutung gewickelt in dem Moment. Und es gibt so ein bisschen diesen schönen Satz, wo ich sage, es wird weniger darum gehen, wie es dir schmeckt, sondern wie es dir danach geht. Wenn man das so übersetzt, ich kann mich also die wenigen Erlebnisse, die ich nicht bei dir hatte, sondern vor 15 Jahren mal in der Sternegastronomie, da war es eher für mich hochkomplex danach oder viel zu anstrengend, das ist bei euch nicht so, das weiß ich, aber wie schaut ihr auf dieses Thema, dass die Leute es eher beurteilen werden, wie es einem danach geht und nicht nur, wie es geschmeckt hat, also Healthification, wie zieht sowas ein in die Produktentwicklung bei euch? Natürlich zieht sowas ein durch Erfahrung, dass die Gäste auch wiederkommen, dass Gäste, die einmal gekommen sind, zu Stammgästen werden, die natürlich dann auch berichten über verschiedene Medien, Tripadvisor etc., wie es ihnen gefallen hat bei uns, die mir auch Briefe schreiben und nach einem Rezept fragen, wenn das Brot so gut geschmeckt hat, ob sie dieses Rezept mal gern haben könnten und das ist eine schöne Bestätigung einfach. Wir haben darüber oft schon diskutiert, Jochen, die jungen Leute trinken immer weniger Alkohol, also die OMR ist davon explizit ausgenommen, haben wir auch gerade von Paul Ripke gelernt, dass die Leute hauptsächlich deswegen hier sind, aber es ist schon ein Trend, interessanterweise wird weniger Alkohol getrunken, dafür mehr Drogen genommen, das ist immer so der Moment, wo ich dann aussteige, aber scheint es einen Grund für zu geben. Wie schaut ihr da drauf? Weil ich habe mal von dir verstanden, dass ein alkoholfreier Wein eigentlich ein No-Go ist, insbesondere in der Herstellung und eigentlich gar nicht auf eure Produktpositionierung einzahlen würde. Ich glaube, du brauchst immer einen Fokus, in dem Fokus hast du auf das, was du tust und wir bauen auch bestimmte Rebsorten nicht aus, weil wir einfach in unserem Anbau nicht die Idee haben, das genau perfekt zu machen, also machen wir es nicht. Also der bewusste Verzicht und ganz ehrlich, alkoholfreier Wein, wir merken alle, wir trinken weniger Alkohol, aber für mich gibt es immer noch keinen guten und, Entschuldigung, aber wenn es, ich glaube, wir müssen daran arbeiten, das zu machen, die Alternative zu machen, irgendwann wird es auch einen guten geben, Du hast ein Beispiel von der Bierbrauerei genannt, die brauchen halt vielleicht manchmal auch 60 Jahre oder 20, 30 Jahre. Länger. Und uns geht es einfach darum, mit allem, was wir machen, du hast richtig gesagt, Genuss zu zeigen, das heißt, wenn du eine Flasche Wein von uns trinkst, und ich bin überzeugt davon, du trinkst weniger heute, also es wird weniger Wein getrunken, es wird bewusster getrunken, was uns die Entscheidung einfacher gemacht hat, zu sagen, wir können nicht skalieren, wir haben eine fixe Menge, die haben wir, und die wird verteilt. Aber wenn du was von uns trinkst, dann hast du einen schönen Moment und einen guten nächsten Tag und hast nicht irgendwie ein Problem im Kopf, und ich glaube, es wird definitiv dazu übergehen, es wird deutlich bewusster getrunken und genossen, aber dann einfach umso mehr drauf geachtet. Und wenn wir die Möglichkeit haben, irgendwann einen guten alkoholfreien Wein zu machen, dann machen wir das, aber so lange wollen wir nicht. Gischt, wie, jetzt habt ihr ja... Ich bin eigentlich der Einzige, der hier von uns trinkt, also... Entschuldigung, ich wollte gerade die ganze Zeit. Irgendwie. Jochen, sag doch mal schnell einen Satz dazu, was das hier ist, bitte. Ja, das ist... Ui. Bitte schön. Christoph, die... Ich glaube, es hat keiner mitgezählt, das wievielte Glas das jetzt schon ist, ja. Es ist Vintages Riesling, ein Riesling aus fünf verschiedenen Jahrgängen, und die Idee ist hinten dran, nicht den Jahrgang zu zeigen, sondern den Geschmack zu kreieren. Also hier für jeden, der Angst vor Säure hat, vielleicht mal ein Beispiel, dass es so in der Art nicht gibt, da arbeiten wir seit über sieben Jahren dran an dem Wein, um zum Schluss was zu kreieren, was du jedes Mal wieder trinkst, erkennst und ganz, ganz viel Freude mit hast. Sorry, ich hoffe, es schmeckt dir. Sehr gut. Gibst du heute ein Aus an deinem Stand heute Abend? Angst? Angst? Es gibt ja immer so Dinge, die man lernt, Angst vor Säure. Was für einen Therapeuten. Ich habe Angst vor Säure, das finde ich gut. Und Christoph, ihr habt ja als Haus, als führendes Haus in Deutschland, alle Möglichkeiten, mit jedem zu kooperieren, mit jedem diese Partnerschaften auch zu leben. Ich habe das Gefühl, dass es das bei euch sehr intensiv auch gibt mit 30 Acker. Ich glaube, hier für die Regie, es gibt auch ein kleines Video, was wir haben, was so ein bisschen auch die Dinge zeigt, die ihr zusammen macht. Vielleicht können wir das im Hintergrund mal laufen lassen. Was ist für euch ausschlaggebend gewesen, auf so eine enge Partnerschaft auch mit 30 Acker zu setzen? Qualität. Einfach Qualität. Wir setzen auf Qualität. Das ist das A und O. Das wird von unserem Eigentümer vorgelebt. Wir Mitarbeiter leben das alle nach. Und es ist einfach auch verlässlich. Es ist auch verlässlich. Es nützt nichts, wenn man einmal ganz toll ist und danach sackt man ab. Also man braucht eine Kontinuität. Qualität, Kontinuität und halt auch das Menschliche muss stimmen. Und wenn diese drei Sachen alle gegeben sind, dann ist das auf jeden Fall immer eine hervorragende Partnerschaft. Warum für dich das? Vier Jahreszeiten? Christoph hat ganz, ganz viele richtige Sachen gesagt. Zum Schluss, wir leben das. Es ist nicht einfach nur, dass das was ist, was geplant ist, sondern wir leben das jeden Tag, wenn wir uns sehen. Jeden Tag, wenn wir Veranstaltungen miteinander machen. Wir haben ein tiefes Verständnis füreinander. Wir achten aufeinander. Und das ist großartig. Wir haben die Qualität. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Es dreht sich in vier Jahreszeiten oder bei uns, es dreht sich alles um Qualität. Aber dann um viel Menschlichkeit, um viel Persönlichkeit hinten dran. Das erzähle ich immer wieder. Ich habe so schöne persönliche Momente in vier Jahreszeiten gehabt. Und genau das zieht mich immer wieder hin. Und das verbindet uns, glaube ich, auch. Weil alles, was wir machen, steckt auch viel Persönlichkeit hinten drin. Wir wollen es einfach jedem schön machen. Und ich glaube, das verbindet uns auch. Schönheit ist auch so ein Thema. Also Schönheit auf dem Teller, ja. Und mit dem bestaussehendsten Winzer Deutschlands zusammenzuarbeiten, ist natürlich auch sehr schön. Ibizastal so ein bisschen. Aber Schönheit oder Harmonie, Ästhetik ist etwas, was viel zu wenig gewürdigt wird. Weil das eigentlich auch den Luxus dann determiniert, was man wahrnimmt mit dem Auge und mit allem Sinn. Jochen, du hast, wenn wir mit Pioneering, New Luxury geht es so ein bisschen, der Benchmark ist ja schon ein bisschen die Champagne. Oder der Champagner, finde ich. Also was die geschaffen haben an Markenpositionierung und auch an Preisakzeptanz global in dem Zusammenhang. Wenn du sagst, die deutschen Weine, wenn du die Karten raushaltst von vor 100 Jahren und wir waren mal leading in dem Moment. Wir arbeiten dran. Wie ist da dein Blick drauf? Wie geht es da für euch, für den deutschen Wein weiter, wenn man in diese Region vorstoßen will, die jetzt mit der Champagne für mich assoziiert sind? Also ich glaube einfach, der Weg ist vorgegeben. Die Zeit, auch die Champagnerhäuser, by the way. Die Champagner, die heute getrunken werden, die Menschen begeistern, sind zum Schluss teilweise 10 Jahre, 12 Jahre oder älter gereift. Nimm dir Zeit. Arbeite in Perfektion an dem, was du tust. Und dann gib dem Ganzen auch die Zeit. Und wir versuchen auch, wir versuchen einen ganz gradlichen Weg zu gehen. Also jeder, der uns kennt, weinst, wir sind sehr straight in dem, was wir machen. Und genau, ich glaube, wenn wir umso mehr, andere, nicht nur wir, wir können es nie alleine, diesen Weg gehen. Und der bildet sich immer mehr. Dann schaffst du auch etwas zu entwickeln, wo man, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Champagne zu wiederholen ist, weil es geht ja nicht darum, riesen Brands aufzubauen, sondern zum Schluss einfach die Idee zu zeigen. Vielleicht auch viel fragmentierter, weil es einfach heute viel besser in die Zeit passt. Und wir haben vorhin gerade über Communities gesprochen. Und ich glaube einfach, das, was wir tun, spricht bestimmte Menschen an. Und die folgen uns und leben unsere Ideen. Und wir leben es gemeinsam. Das finde ich ganz toll. Naja, aber die Champagne ist, glaube ich, nicht zu wiederholen in diesem umfassenden Gebiet. Aber die Thematik, ein Produkt ja so aufzuladen mit diesen Preisakzeptanzen, am Ende ist es in meinem Verständnis ein Sekt. Ja, ja, come on. Wir machen das auch. Aber man bekommt ja auch was dafür, also letztendlich. Das ist es immer. Also wenn du was dafür bekommst, dann bist du auch gern bereit, einen Preis zu bezahlen. Ja. Ihr Lieben, unsere Zeit ist leider schon vorbei. Große Freude mit euch gemacht. Ganz herzlichen Dank. Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank euch. Schönen Abend. Wir hoffen, es hat geschmeckt. Danke. So, ganz herzlichen Dank an Jochen, Christoph und Marc. Wir machen natürlich noch ein Foto, ne? Ein Foto. Okay. Oder? Also machen wir. So. In die Mitte. Ich mag nicht mehr drauf. Großartig. Ach, Freunde. Habt ihr unterschrieben? Das machen wir jetzt. Nee. Habt ihr unterschrieben? So, bitte. Noch mal jetzt. Kanntest du die Flasche schon, Jochen? Habt noch nie gesehen. Also ich meine nicht Martin, ne? Nicht missverstehen. Komm mal. So, also, während die drei Jungs unterschreiben, kann ich ja schon mal den nächsten Slot ankündigen. Wir sind selbstverständlich, leider Gottes, nichts gegen all meine Gäste hier bisher auf der Bühne. Wir sind natürlich deutlich zu männerlastig bis hierher gewesen, bis hierher. Denn jetzt werden wir im nächsten Slot eine Frau mit auf der Bühne haben. Ich freue mich ganz besonders, dass sie mit am Start ist. Wir kennen uns irgendwie schon ein bisschen länger, aber immer nur...